Die Rückwärts-Jüder-Rolle unterscheidet sich in der Turner-Rolle dadurch, dass man das Kinn auf die Brust nimmt und den Kopf etwas zur Seite halten und über die Schulter rollt. Ich steige an, kurz vor. Einmal langsam, als ich das nach hinten fange, Kinn auf der Brust, Kopf zur Seite, rolle dann über diese Schulter und stehen dann wieder auf.